Okay, dann gehen wir mal in die Drill Bay. Aber hier ging es ja eigentlich auch an den Generator vorbei. Außer der Generator benötigt halt auch eine viel höhere Sicherheitsstufe, so dass wir da im Prinzip hier gar nicht reinkommen. Wir sind gerade hier. Das ist der Bohrungshangar. Oh, guck mal. Wenn wir beim Zieh mal bohren werden. Solis has been up here for years. Must be starting to show its age. I think we are long past that. Solis is vintage. We're back at the bar? No. I knew I should have taken the bottle with me. What? It's after midnight. I'm officially on vacation. Also, offiziell ja, aber... Ich glaube, vorher sollten wir erstmal herausfinden, was hier passiert ist. Level 3 brauchen wir dafür. Und wir haben leider erst Level 2. Ähm... Ich warne ich nicht. Level 3, access. Required. Okay, vielleicht finden wir hier zufliegerweise... Oh, jee! Was? Diese Handdryers. Same back on ours. They're just so loud. If you weren't already on edge. Exactly. Okay, warte mal. Erstmal brauchen wir hier... ...das da. Dann haben wir hier noch eine... ...Batterie, die wir uns nehmen können. Okay, jetzt bräuchten wir allerdings noch so eine... ...Level 3 access card am besten. Gucken, vielleicht... ...kriegen wir die ja hier drüben. Zufälligerweise. Aber nein, hier können... ...die brauchen wir, um hier zu überbrücken. Irgendwann wird uns das ganze Gedöns nochmal um die Ohren fangen. Ich seh's schon kommen. Ja, hier haben wir jetzt die Level 3... ...Karte. Schön, dass sie auch immer irgendwo liegen geblieben sind. Können wir daraus einen Flammenwerfer basteln, zufälligerweise? Warum würden sie diese brauchen? Das sind sehr lange, große Handschuhe. Die hat auch so eine Pflanze hier. Da klebt ein Zettel dran. Was steht da? We can change... ...things. Oh Gott. Bleib doch mal so... ...lo drehen. ...don't give up. Okay. Also jetzt kleine Motivationsstütze quasi. Könnte man sagen. Soll das wahrscheinlich sein? Gut. Gewächshausressourcen. Nick, die Lieferung fällt wieder zu knapp aus. Ich kann das Projekt nicht am Laufen halten. Wenn die Quote nicht erfüllt wird... ...ich werde diese Woche zusätzliche Materialien benötigen. Bitte gib dein Team Bescheid. Danke. Ellen Dunpart. Okay. Fragt sich bloß... ...was für Ressourcen... ...bezweilige Materialien. Dawson und Salim zeigen Symptome übermäßiger Strahlenbelastung. Ich habe die Teams so oft gebeten, ihre Zeit an der Oberfläche zu messen... ...und doch bekommt es deine Abteilung nicht auf die Reihe. Könntet ihr diese Woche bitte eure Protokolle aktualisieren? Danke. Wie besprochen, habe ich den Schaden an den Hangertüren begutachtet. Adam bat mich, die Tür kurzfristig abzuschalten. Ich wollte die Gerüchte der Bewohner über wilde Tiere noch etwas länger aufrechterhalten, aber das war leider nicht möglich. Der Plan ist, sie nächste Woche wieder in Betrieb zu nehmen, sofern die Stürme lang genug nachlassen, damit die Ingenieure ihre Arbeit beenden können. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. Das Gesicht kommt mir auch sehr bekannt vor. Dazu gibt es keinen Ton. Warum gibt es dazu keinen Ton? Jetzt gibt es Ton. Ich glaube, das funktioniert jetzt. Alles hier ist verletzt. Surface trips sind noch weitergegangen, obwohl die größte Demand von Helen erhöht. Dieser Cycle hat... ist ein schweres. War das Öl an seinen Händen oder was war das an seinen Händen? Hm das sieht recht ruhig aus als ob hier nie irgendwas war was hat es mit diesen Pflanzen eigentlich auf sich okay dann gehen wir mal hier rein Okay da kommen wir nicht mehr weg Das war sicherlich kein Unfall Ich finde einen Weg aus dem Bogenshang Hat der nicht irgendwie Licht an der Dingens? Level 2 Engineering Clearance Required Das kann ich irgendwie nicht so ganz lesen Also es sieht zumindest nicht so aus als ob es jetzt irgendwie Platz wäre dass da zufälligerweise jemand hinter gestanden hätte das Ding irgendwie in unsere Richtung zu lenken Es sieht zumindest nicht so danach aus Dann muss der irgendwie durch die Ritzen gekrochen sein um wieder zurück zu kommen Probiert Okay das Ding ist sicherlich locked Ich guck mal kurz mir das Ding hier an Wir haben hier schon so ein Oh warte mal hier haben wir noch ein Ich dachte das hätten wir schon aber Okay dann steigen wir mal auf Oh shit Oh shit I'm trapped Jess Trapped? The platform's blocking the door I can't remote access it The lockdown has sealed all exterior bulkhead doors Blow the blast doors Well if only Well given how the night is going it's not the worst idea Or did you take your helmet off again? Oh it's on Terrifying that I even have to ask that isn't it? Did you put yours back on? Sure I'm gonna have to get creative First time for everything I guess What did he have in mind? Hmm I'm gonna Walk the tracks Nice night for a walk Watch out for any more haunted platforms Ja als ob sie darüber scherzen macht so ein bisschen Was haben wir hier? Sprengstoff Hmm How would you look? Taylor The guy doesn't let up Threatened to report me for overexposing my team This is really getting out of hand I need to unwind Beer and poker were the guys tonight After this cycle I'm taking a break I need it Hmm Fragt sich was außer Kontrolle gerät? Fragen Über Fragen So was haben wir da drüben? Okay das ist lockt Da kommen wir nicht ran Warum? Warum? Warum eigentlich? Ah guck mal Ein bisschen Energy 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 So damit kriegen wir zumindest das schon mal wieder flott wahrscheinlich Aber nichtsdestotrotz Ähm Müssen wir die Türen irgendwie öffnen Außer Das Ding öffnet die Türen Okay Okay Das bedeutet es wohl Okay 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 sehr staubig gut, dann fahren wir mal weiter oh, gibt's hier kein nicht? ich hoffe, gibt es, okay die nächste Tür müsste wahrscheinlich auch wieder öffnen wobei ich ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache habe, nie lang zu fahren auf ich frage mich auch, ob die Tür hinter uns sich denn geschlossen hat, sovielderweise und übrigens, wenn ich hier so alleine rummachen würde der Stift malt auf jeden Fall der gehört gar nicht auf zu mahnen müssen wir es jetzt manuell irgendwie öffnen aber ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, dass wir das im Front des Dingens machen okay, dann laufen wir halt weiter oh, pass auf, gleich geht der Strom wieder an und das Ding kommt von hinten angeschossen, ich sehe es schon kommen aber es scheint wohl, entweder ist das ein Notstrom oder bloß bei der Sektion da hinten hat das nicht funktioniert gut, wir sind auf jeden Fall scheinbar an ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass wir draußen okay, ist auf jeden Fall sehr windig scheinbar zumindest wenn man sich das so ansieht Storm Warning das ist so ein Bagger, den wir da unten auf dem Plakat wahrscheinlich gesehen haben wobei so groß sind die gar oder sind die Titans noch größer und das sind so gesehen alte Dinger, die so ein bisschen ausgedient haben eigentlich also bisher noch nicht wer es nicht ist, kann ja noch werden vielleicht gibt es auch eine versteckte KI irgendwo wie die Red Queen ja genau ich bin gleich zurück genau genau diese Sachen ist ja nicht so als ob man ähm hat einen gebrochenen Kiefer sowieso aussieht ich bin gut okay, angucken kann ich mir nicht mehr ein bisschen okay, okay, okay gut, gut, gut oder auch nicht hmmm was sagt denn die Karte eigentlich wir sind hier ohne die Wartungseinheit ist da kam kommen wir eigentlich her aus der Wartungseinheit hier müssten wir wieder ins Atrium sagt man ich würde doch gerne mal ins Gewächshaus eigentlich weil könnte es auch sein dass wir ein bisschen weiter unten sind wir müssten eigentlich ne scheinbar nicht äh ja welche Richtung doch gleich ich habe die Orientierung so ein bisschen verloren vor lauter Sturm hier müsste es eigentlich zum Atrium gehen prinzipiell ich würde mir eigentlich auch gerne Atrium, ja genau eigentlich müssen wir auch den Strom wieder anstellen es ist halt die Frage ob wir das hey, warte mal tritt die Wartungseinheit also müssten wir eigentlich in die andere Richtung oder was äh hier lang ich hoffe ich bin richtig müsste hier drüben eigentlich irgendwo sein leider gibt es halt also der ist halt nicht so ganz genau ne ich könnte natürlich auch mich so lang hangeln prinzipiell also wir müssten eigentlich da so in die Richtung eigentlich ich würde trotzdem nochmal hier kurz gucken okay von hier kamen wir scheinbar wieso bewegt sich das Ding da unten ich weiß mir jetzt nicht ob mir das Suspekt ist oder nicht fragen über fragen würde ja bedeuten dass das ähm trotz alledem noch aktiv ist ich glaube wir müssen noch weiter hier hin aber ich glaube hier sind wir noch nicht ganz richtig ah hier ist die Main Independence Unit werden sie mir doch richtig sieht aber auch ein bisschen manipuliert aus hier oder jemand hat noch nicht äh ist noch nicht ganz fertig hier ähm okay im at the MU ich glaube wir haben ein bisschen äh Staub äh beziehungsweise Sand in unseren Schuhen mal gucken was haben wir hier Feines oh guck mal hier haben wir noch ist ein Audiolog ich glaube wir haben wir noch Fragen? Drückt euch doch nicht so kryptisch aus, Mann. Sagt mir doch einfach, was hier los ist. Aber hey, Hauptsache, sie haben hier ein Medikit. Sehr, sehr gut. Oh, guck mal. Das Ding können wir gebrauchen. Was haben wir hier? Warum ist alles nach mir? Okay, hier ist es einfach mal mega dunkel hinten. Was haben wir hier? Guck mal. Haben wir noch ein paar... Projekt TerraFrontiers. Ich weiß, dass du meine Bedenken bezüglich Helens Arbeit teilst. Ich würde gern über unsere Möglichkeiten und nächsten Schritte in der Bewertung ihres Projekts Frontiers sprechen. Nix-Team kann so nicht weitermachen. Das kann ich moralisch nicht vertreten. Okay. Ich habe die Sicherheitsüberbrückungen des Gewächshauses wie gewünscht aktualisiert. Was heißt Sicherheitsüberbrückungen? Ist alles in Ordnung. Lass mich wissen, falls ich anderweitig helfen kann. Bitte pflegen und verstauen Sie Ihre Werkzeuge sachgemäß. Vernachlässigung und Schäden können zu Unfällen auf der Anlage führen. Es werden regelmäßig Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt. Bitte verwenden Sie keine beschädigte Ausrüstung. Okay. Die Zugleine für den Aufstieg am Kamm scheint noch immer zu klemmen. Ich habe mir das gestern angesehen und sie muss höchstwahrscheinlich ersetzt werden. Sie kann eventuell noch benutzt werden, um Ausrüstung hoch und runter zu ziehen. Aber sie könnte jeden Moment nachgeben. Ich kann keine Anfrage auf Ersatz stellen. Daher überlasse ich das Dir. Danke für die E-Mail. Leider war ich schon früh aus dem Spiel. Nick ging mit 2-7 Offsuit mit und nachdem ich mein Blatt verloren hatte, rief die Bar nach mir. Meines Wissens nach haben sich Nick und Wyatt ein wenig in die Haare bekommen. Aber es war kaum mehr als eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich war nicht dabei. Okay. Daher kann ich nichts Genaues sagen. Es tut mir leid, dass ich nicht helfen kann. Okay. Proskins. Ich bin jetzt aus dem Spiel. Ich bin jetzt auf den Schaden. Ich habe nur noch aus dem Schaden. Ich habe gerade aus dem Schaden zu den Arrays. Wir sind ein Schaden. Wir sind aus dem Schaden. In den Schaden. Und die Tensions sind hoch. Hier sind ein bisschen schwerer. Der Sitz ist auf dem Weg. Und wir werden noch weiter zu arbeiten. Ähm, das ist immer noch down, beides hier zumindest, nur mal zurück. Vor allem, wie gut, dass wir die Winde benutzt haben. Exploring new worlds. Weiß ich nicht. Okay, 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 okay. Was haben wir hier? Okay, 3D-Drucker sind cool, aber ja, er ist ein Technik-Field, glaube ich.